Herzlich Willkommen zur nächsten Bayonetta 2 Episode hier auf WePlay Games For You. Ich bin Suivo und wir sind ja mit dem letzten Prolog-Kapitel fertig gewesen und gehen jetzt natürlich dann ins nächste Kapitel und schauen mal, was dort so abgeht. Kapitel 1, genau. Genesis, mhm. Der Renings-Modus. Okay. Interessant, was da für Acombo es alles gibt. Der Zufall, Muntany of Thimbleventer. The Joy supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of Hell. Somewhere on this mountain, no one knows where though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshiped like some god in the first place Es ist, dass niemand überhaupt nicht so weit zu kommen. Es ist so, dass du dich dort nicht möchtest. Jeder Klima endet sich auf Schrauben, oder schlimmer. Und nicht sogar versuchen, einen Flugzeug nach diesem Ort zu fahren. Oder Badavoo! Aber zumindest deine Seele hat keine langen Gelegenheit, nach welchem Leben du hast, richtig? Ich warte für dich und weiß es dir. Auf dem Knoten. Juste schnell mit dem, was du musst, und zurück da, okay? Ja, das ist klar. Mal schauen, was uns da jetzt erwarten wird. Wir versuchen dich zumindest zu retten. Sieht schon schick aus, das kann ich immer wieder sagen. Ja, da ist es. Das ist Fibblebut. Es ist so ein schlechtes Ort, wenn du siehst. Aber du musst dir eine Deathwishen, um zu kommen zu diesem Ort, wenn du mich gefragt hast. Wow. Das gibt mir die Heebie-Jeebies. Was der Hell? Woher kommen diese Clouds? Ach du Scheiße, was geht nicht ab? Oh. Sorry, Enzo. This is where I get hot. Say hi to the wife of Kidsfoot. What? What? Wait, what? Die Joker wissen Sie nicht. Ich kann es brethren nicht. Ich kann es. No. Ich bin 얼�te 예ен, das rauszenlä cheers. Sehr gut. Nicht schlecht. Nette Landung. Okay, wir können uns endlich mal bewegen. Ist auch wie so was in der Art wie eine Stadt. Okay. Was zur Hölle ist das denn imbares? Okay, ins Wasser kann man auch. Gibt es hier irgendwas interessantes? Wenn ich schon mal ins Wasser reingefallen bin. Da ist auf jeden Fall eine Kante. Okay. Was ist das? Ein neuer Anfang. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Okay. Finde ich ganz cool hier mit der mieze Katze. Da ist nix, okay. Da ist auch nix. Gucken wir mal, ob wir auf der anderen Seite auch noch sowas finden. Die Einwohner muss ich jetzt nicht unbedingt untersuchen, muss ich gestehen. Das kann man aber mal untersuchen. Siegel der Sonne abgebildet. Okay, ruhig steht da eine Hexe markiert. Interessant. Ist das für ein Vogel? Ich finde es geil hier mit dieser Katze, die rennt, wie keine Ahnung was. Wie ein Schnitzel oder so. Ich will jetzt hier ungern was verpassen. Wir haben ja gesehen, dass sie auf jeden Fall aus Sachen rumliegen können. Vielleicht tatsächlich Beine abgeschmiert eben hier. Gibt das ja gar nicht. Kann man die kaputt machen? Okay, kann man. Das geht nicht, oder? Da habe ich noch nicht genug Damage. Okay. Kann man auch kaputt machen. Das ist ja krass. Was kriegen wir da? Mandragura-Wurzeln. Frau-Zutat. Das können wir sowas wie Alchemie wohl auch. In irgendeiner Form. Horn des Einhorns. Auch eine Zutat. Da waren wir eben aber ganz schön nackig, muss ich sagen. Okay. Weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich alles kaputt machen sollte. Wir finden zumindest Brautzutaten. Am höchsten Schwierigkeitsgrad könnte es ja schon sein, dass wir die gebrauchen können. Irgendwo. Denke ich mal. Noch so ein Horn. Aber es dauert halt ganz schön lange, denke ich. Da ist schon wieder so ein Hexen... Ding. Können wir das vielleicht kaputt machen? Okay. Da kam Zeug raus. Was ist das? Grüner Kräuterdutscher. Heilnis-Extrakt, okay. Da sollten wir jetzt vielleicht doch nochmal die andere Kiste auch angucken gehen. Weil die sollten wir dann auf jeden Fall auch kaputt machen. Hier kann man auch nicht alles kaputt fetzen. Kann ja nicht schaden. Machen hier einen auf Randale. Weil ich finde die offene Welt jetzt eigentlich ganz interessant. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. Die können wir nicht kaputt machen. Das ja, das auch. Was haben wir da gekriegt? Gebackene Gecko. Okay. Ein Mensch, der in Doku ist. Was kriegen wir da? Gelber Mondlutscher. Alles klar. Oder es wäre so etwas gewesen. Das sollten wir vielleicht auch auf jeden Fall immer mitnehmen. Hört die Frage, ob wir uns jetzt hier wirklich Zeit nehmen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt hier erstmal alles kaputt. Wie es gerne in Zukunft hätte. Ob wir wirklich diese Gegenden erkunden sollen. Oder ob wir lieber strikt durch die Story rennen sollen. Gerne in die Kommentare. Und dann werde ich mich da so ein bisschen zumindest danach richten. Dauert nur ein bisschen lang. Gut, also nicht wirklich was. Oh, noch was Neues. Ein lieder Schmetterling. Zählt die Zauberkraft wieder auf. Okay. Damit können wir wohl nichts machen. Alles klar. So, dann ab in die Panther-Gestalt und mal losflitze. Finde ich richtig gut. Wenn er alles kaputt fetzen kann. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja eigentlich am Anfang nicht unbedingt gedacht, dass wir hier in so eine Art offene oder generell in so Spielwelten kommt, als es da wirklich Videokampf, Videokampf ging. Deswegen bin ich hier doch echt positiv überrascht gerade. Was denn hier? Ist hier irgendwas? Irgendwie wie ein Verschnecke oder so. Nicht so aus. Für die Sprünge auch echt gut. Kommst schön hoch und so. Nicht so verkehrt. Muss ich sagen. Wie lange das dauert mit der Knarre. Ist ja der Wahnsinn. Wissen wir zumindest auch, dass die Knarre in Kämpfen kaum Schaden macht. Sollte ich meinen, dass das sonst ähnlich viel Schaden machen würde. Davon ist wieder was, was der Besitzer verloren hat oder so. Pforten muss Filsheims. Okay. Betreten. Gucken wir erstmal hier auf der anderen Seite noch, würde ich sagen. Ich kriege halt da diese Ringe. Das ist so eine Art Währung, denke ich. Deswegen schadet es schon nicht, wenn wir hier alles kaputt machen. Denke ich zumindest. Und wir haben immer jetzt schon neun von diesen Einhorn-Dingern. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht, denke ich mal. Hier geht es, glaube ich, hoch auch. Interessant. Da hinten ist irgendwas. Da ist auch wieder was. Haben wir jetzt hier schon drei Stück von gefunden, von diesen Erinnerungsfragmenten. Was ist das? Am Blutrot der Rosen-Lotgen, okay. Können wir da drüben vielleicht noch was machen, irgendwie in der Richtung? Ne, sieht nicht so aus, dass wir da hochkannen. Können wir hier noch irgendwie an der Seite runter? Hier auf der anderen? Ja, da ist auch irgendwas. Oh nein, ich ertrinke. Hoffe ich das jetzt nicht irgendwie tot oder so. Okay, es war tot, aber naja. Es ist ja alles kaputt geblieben, so wie das aussieht. Von daher, was soll's. So, der letzte Rest. Ist das hier so? Der Speicher, dann geht's da wahrscheinlich weiter. Gucken wir uns erst mal das Ding zum Betreten an, würde ich sagen. Wer weiß, was das ist. Okay, das ist eins von diesen, ähm, Erinnerungsfragmenten, die wir gefunden hatten. Gucken wir uns das da mal an. Oh ja, da kam aber ein Riesenstiefel. Okay, was ist hier los? Gefällt mir jetzt nicht so gut. Der Verlierer wird nicht bestraft. Das klingt doch gut. Gucken wir uns das doch mal an. Kampf auf Zeit. Besiegen den Gegner vor Ablauf der Zeit. Okay. Das war gut. Und wieder. Das war auch gut. Wir haben's, glaube ich, geschafft. Knapp, aber geschafft. Kriegen wir da dafür jetzt? Okay. Gold erhalten. Was ist das? Zerbrochenes Hexenherz. Wenn vier davon gesammelt wurden, erhöht sich unsere HP. Das ist ja gut, ey. Versuchen wir es doch noch mal, wenn wir hier, äh, keine Nachteile davon haben. Okay, jetzt sind wir hier raus. Also können wir hier aber nicht wieder rein. Das heißt, wir müssen jetzt einen neuen Punkt quasi finden, wo wir da dann rein können. Schätze ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, speichert er nochmal. Sieht nicht so aus. Okay. Oh, wir werden von dem komischen Eichhörnchen da angeguckt, wo wir vorhin bei einer Platt gemacht hätten. Ja, ich würde aber sagen, wenn wir jetzt hier eh gerade gespeichert haben, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Machen wir morgen weiter. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020